Guten Morgen, fast schon guten Mittag. Wir sind auf dem Weg nach Frankfurt. Ich nehme euch über das Wochenende wieder eine Runde mit in diesem Vlog. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Es gibt einiges, was ich euch erzähle bzw. zeigen möchte. Hier unter anderem sind meine Kleider angekommen, gerade eben mit dem Postboten. Die hatte ich bei ASOS bestellt für ein Event. Hatte ich euch auf Instagram erzählt, aber ja, ich habe die Befürchtung, ich sehe aus wie ein aufgebleißenes Bonbon. Durch diesen Tüll werden wir dann noch sehen. Jedenfalls fahren wir jetzt, wie gesagt, nach Frankfurt. Ich habe da einen Termin beim Media Markt. Ich muss mir natürlich noch die Haare machen, ich sehe aus wie Strubelpeter, aber ich war hier im Haus natürlich schon fleißig. Da hängen schon zwei Körbe Wäsche auf meinen Wäscheständern und oh mein Gott, es ist auch so viel angekommen fürs Baby. Sachen, die ich gekauft habe, die wollte ich euch auch noch zeigen. Und ja, ich mache mir mal die Haare, ne? Sieht nämlich echt übel aus. Seit heute Morgen muss das Ding hier oben drauf. Hier habe ich mir noch Probiant vorbereitet für die Fahrt. Meine Tasche, hier noch einen Pulli, falls es kalt wird. Wir bleiben nämlich eine ganze Weile. Der Lissandro hat nämlich einen Freund mit dabei. Die wollen dann noch ins Kino. Also wird es etwas später, bis wir zu Hause sind und deshalb habe ich mir heute noch was mitgenommen. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video und mal schauen, was noch so passiert. Und los geht's! So, das war jetzt super lecker. Ging zwar sehr einfach und sehr schnell. Wir werden mit Sicherheit noch was in Frankfurt essen. Natürlich, weil wir ja dann eben auch den ganzen Tag unterwegs sind. Ich nutze jetzt mal ganz kurz die Zeit und zeige euch ein bisschen was, wie versprochen, was alles angekommen ist, auch fürs Baby. Mein Mann, der ist nämlich noch nicht zurück. Also der ist noch arbeiten und deshalb passt es jetzt gerade ganz gut. Und zwar zum einen was Witziges. Ja, denkt ihr euch, was willst du denn damit? Und zwar hat mir meine Frauenärztin diese Strümpfe hier verschrieben. Die habe ich mir geholt, denn ich habe so Kreislaufprobleme und deshalb brauche ich eben solche Teile. Das ist zum Anziehen. So eine Hilfe. Oh mein Gott, die gehen so schwer rein. Das ist unglaublich. Ich muss euch mal kurz abstellen, sonst fällt mir gleich der Arm ab und ich muss ja noch die Sachen von da drüben holen, die ich euch zeigen wollte. Und hier habe ich auch noch was, was ich euch zeigen möchte. Okay, beziehungsweise wonach ihr mich auch gefragt habt. Aber ich stelle euch jetzt erstmal ganz kurz ab. So, ich bin jetzt mal hier rüber geflüchtet. Drüben ist es definitiv zu laut. Der Max baut gerade was auseinander. Ich habe jetzt mal alles hier rüber getragen und nutze die kurze Pause nach dem Essen. Fresskoma. Wer kennt's? Genau, das tut jetzt gut. Ich zeige euch, wie gesagt, die Babysachen, die angekommen sind und ein bisschen Beauty. Aber nochmal ganz kurz wegen der Stützstrümpfe hier. Die sind natürlich nicht nur wegen dem Kreislauf. Ich sage es lieber mal ganz kurz dazu. Sonst bekomme ich wieder Hate und hier hat sich mein Mann total kaputt gelacht. Ich ehrlich gesagt auch. Es ist voll die Prozedur, bis man die anhat. Also die helden einem natürlich, die Strümpfe anzuziehen. Für jeden, der jetzt nicht so richtig weiß, was da los ist. Genau, aber es ist volle Prozedur. Aber klar, wenn es hilft, dann macht man das natürlich. Übrigens, der Maxi Cosi ist auch eingezogen hier im Haus. Der ist so, so schön. Und jetzt klingelt Lissandros Telefon. War ja klar. Moment. So, in dem Haus hat man keine Ruhe, aber es ist auch völlig in Ordnung. Jetzt bin ich schon wieder raus. Ich glaube, ich war bei Maxi Cosi stehen geblieben. Da wollte ich heute in einem Babyfachhandel eben noch was fragen. Und zwar wegen dem Verdeck. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Das mache ich noch und zeige euch dann später den Maxi Cosi. Der ist jetzt eben unten. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal ein bisschen Beauty für die Mama. Wie gesagt, da hatten mich ganz viele danach gefragt, wie ich das finde, weil ich es jetzt schon seit einigen Wochen teste und ihr das eben auf Instagram gesehen habt. Und zwar ist es ein Serum in Kombi mit der Mascara. So sieht das Ganze aus. Da ist so ein, ja, Schaumapplikator mit dabei. Den verwende ich jeden Tag. Also auf dem oberen Wimpernkranz und unten. Und auf die Augenbraue. Natürlich auf das gereinigte Gesicht. Und man soll natürlich den Augenkontakt, also den direkten Augenkontakt vermeiden. Ja, und das Serum soll dann eben lange, volle und kräftige Wimpern zaubern. Was mir halt gut gefällt an dem Produkt ist, dass es komplett hormonfrei ist, kein Parfum enthalten ist und keine Silikone. Deshalb verwende ich die Kombi sehr gerne. Die haben im Moment auch ein Angebot. Man kann es natürlich auch einzeln kaufen. Ich habe dazu noch einen Rabattcode für euch. Also der gilt für alles. Den kann ich euch gerne mal unten in die Infobox schreiben. Könnt ihr vorbeischauen, falls euch sowas auch interessiert. Da ist übrigens auch Hyaluronsäure noch mit enthalten. Das ist nochmal zusätzlich eben für die Feuchtigkeit gut. Und ja, Hyaluronsäure und ich, wir sind so, ne, da melde ich mich dann immer. Ich hätte es gerne. Ja, Spaß beiseite. Auf jeden Fall verwende ich das sehr, sehr gerne. Eben auch die Mascara, weil die wirklich einen schönen Schwung zaubert. Und das ist eben eine 2 in 1 Mascara, die für eine natürliche Wimpernverlängerung beziehungsweise Wimpernverdichtung nützlich ist. Die hat wachstumsfördernde Wirkstoffe und einen Pflegekomplex, der eben mehr Volumen schenkt. Die Wimpern sehen auch ungeschminkt farbiger aus, da die Melaninbildung eben stimulierend wirkt. Genau, also kann ich euch wirklich ans Herz legen. Falls euch sowas interessiert, dann schaut gerne mal bei M-A-Samen vorbei. Und jetzt machen wir mit den Babysachen weiter. Und zwar habe ich was ganz, 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 ganz Schönes entdeckt. Und zwar dieses hier. Da habe ich echt so, so lange danach gesucht. Das ist so ein Babynestchen. Und normalerweise sind die ja, ja, die haben so eine spezielle Form. Und ich wollte aber unbedingt ein rundes. Und jetzt habe ich eins gefunden. So sieht das aus. Ich mache das jetzt hier in der Mitte noch ab und wasche das Ganze. Das ist nämlich hier so befestigt mit so Schleifchen. Schaut mal. Mit so Bändern eben. Das muss ich alles noch abmachen. Und dann kann ich das waschen. Und das legt man dann eben aufs Sofa oder ins Bettchen, damit das Baby halt nicht wegkollert. Und ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich das gefunden habe. Das gefällt mir vom Material sehr, sehr gut. Wirklich ist es super hochwertig. Und wie gesagt, das ist aus einem Online-Shop von Instagram. Also da habe ich das entdeckt. Lulando nennt er sich. Kann ich euch gerne mal, upsala, unten in der Infobox auch verlinken, falls euch sowas interessiert. Und da habe ich eben auch diese Spucktücher her. Spucktücher kann man nicht genug haben für das Baby. Und noch ein Handtuch. Das sieht so aus. Hier eben speziell für das Köpfchen. Nach dem Baden kommt das hier so rein, das Baby. Hier das Köpfchen. Dann kann man das schön einwickeln und abtrocknen. Und das ist von der Qualität so mega bombastisch. Leute, das ist so krass. Hier ist auch noch so ein kleiner Waschlappen mit dabei gewesen. Und ansonsten habe ich mir da noch bei Limango was gekauft. Und zwar diesen wunderschönen Schlafsack hier. Oder ja, für den Maxi-Cosi halt, für den Kinderwagen. Wie nennt man das? Wintersack. Genau, der ist ganz, ganz kuschelig weich. Richtig schön. Wie gesagt, wunder, wunderschön. Also ich bin total begeistert. Und auch von der Farbe her eben ideal für Mädchen und für Jungen. Und dann habe ich mir noch was bei Amazon gekauft. Moment. Ich bin gleich wieder da. Und zwar hatte ich euch doch erzählt, dass ich vergessen habe, dieses Teil hier zu kaufen für mein Baby Bay. Also das ist diese Stange für den Himmel. Und das ist jetzt auch angekommen. Genau. Wie gesagt, ich kann euch gerne mal alles unten in der Infobox verlinken. Und den Maxi-Cosi, den zeige ich euch dann später. Mein Mann, der hat nämlich gerade schon geschrieben, ja. Er ist dann jetzt gleich da. Okay, dann beeile ich mich. Und wir sehen uns in Frankfurt wieder. Und ja, dann machen wir weiter. Okay, ich muss mich beeilen. Der Chef kommt. Wir sind angekommen beim Mediamarkt. Habe ich vorher in Frankfurt gesagt? Ach, ich meinte natürlich Gründau lieblos. Um was es genau geht, erzähle ich euch, wenn es soweit ist. Jetzt darf ich eigentlich noch gar nicht so viel verraten. Es wird eine Überraschung für euch natürlich. Und ja, ich gehe jetzt mal rein. Ich habe übrigens auch dieses Teilchen hier dabei. Schaut mal, weil es gerade hier vorne liegt, kann ich es euch ja mal kurz zeigen. Das ist so ein kleiner Bezug für die Matratze, für den Bollerwagen, also für den Stubenwagen. Ich muss mal schauen, ob es hier in der Nähe einen Babyfachhandel gibt, also mit Sicherheit. Während die Kinder dann im Kino sind, gehe ich nämlich dann mal gucken, ob ich da eben die passende Matratze finde. Und jetzt geht es erstmal zum Mediamarkt mit dieser Kugel hier. Alles ein bisschen anstrengender. So, ich habe jetzt meine Männer rausgelassen im Kino. Ich bin jetzt hierher gefahren zu Baby One. Der Gianluca ist auch mit dabei. Der wartet jetzt im Auto. Ich schaue, dass ich eine kleine Matratze finde und dann fahren wir nochmal in die Stadt. Und ich brauche noch zwei Glückwunschkarten, denn morgen sind wir zu einer Taufe eingeladen. Also es werden zwei Kinder getauft. Und da freue ich mich schon drauf. Und ja, ich bin total aus Atem. Ihr merkt es gerade. Und ich musste mir jetzt mal diesen Pulli hier anziehen. Gott sei Dank hatte ich den jetzt dabei, weil es ist echt frisch geworden. Ja. Gut, dass ich den mitgenommen habe. Okay. Also, Luki, magst du mir noch kurz meine Tasche geben, bitte? Ja. Danke, mein Schatz. So. Okay. Also, ich bin gleich wieder da, ne, Schatz? Ja. So. Okay. Hoffen wir mal, dass ich jetzt die Matratze kriege. Hallo. 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 Ich habe noch eine Frage und zwar für die Maxi Cosi gibt es doch so ein Verdeck. Ist das dann immer dabei, wenn man den Maxi Cosi kauft? Wenn Sie einen neuen kaufen, ist immer dabei. Ach, dann ist das Verdeck dabei. Da ist es dabei. Nun, der ist hinten dann versteckt in so Kunststoff. Ah, okay. Da müsst ihr den Aufrunden einsehen. Ja, selbstverständlich. Das war übrigens meine, die hatte ich noch mal genommen. Okay. Unbillig für Sie. Danke Ihnen. Schönen Feierabend. Danke. Okay, ich habe die Matratze und coole Musik, immer wenn meine Jungs mit am Start sind. Das ist halt der Vorteil, ne? Okay, los geht's, Luki. Oh, Handbremse. Das ist voll ungewohnt bei dem Auto hier. Das ist das Auto von meinem Mann. Hältet es? Hast du schon den Spiegel angekommen? Ja. Ja. Quelle dir? Ja. Ich mag es. Ich zeige euch gleich, was ich bei der Nunana gekauft habe. Ah, wie aufregend. Und der Luki probiert sich jetzt den Pulli an. Der ist definitiv schöner als der andere. Aber das Kind muss das ja selbst entscheiden, ne? Sieht auf jeden Fall schön aus, Luki. Und hier mit den Taschen, das passt. Die sind auch ganz warm. Ganz kuschelig. Was meinst du? Ja, ist gut. Ja, ne? Guten Morgen. Jetzt habe ich mich gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Sorry dafür, es wurde ultra spät. Und jetzt zeige ich mich lieber auch noch nicht. Ich bin nämlich noch nicht ganz ready. Ich habe jetzt aber gerade schon Gedichte für die Karten rausgesucht. Die würde ich jetzt ganz gern fertig machen und alles einpacken. Deshalb zeige ich es euch einfach so ganz kurz, was es eben gestern geworden ist. Und zwar hatte ich euch ja erzählt, dass zwei Kinder getauft werden. Dazu habe ich einmal diese wunderschöne Karte hier gekauft. Leider haben mir die Taufkarten bei Müller nicht ganz so gut gefallen. Deshalb habe ich einfach sowas genommen. Ich werde jetzt gleich dann noch mit einem goldenen Stift dann eben speziell was für die Taufe draufschreiben. Eben vorne drauf. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist ein Mädchen und ein Junge. Und deshalb diese beiden hier. Für den Jungen habe ich dann noch das hier gekauft. Hier das blaue Papier zum Einpacken. Das habe ich auch noch gekauft bei Nanunana. Aber das hat jetzt eigentlich mit der Taufe gar nichts zu tun. Es hat mir einfach nur gut gefallen. Dann habe ich noch das gekauft für den Lissandro, diese Balance. Der hat ja bald Geburtstag. Und für das Mädchen, die ist schon sechs, habe ich noch diese beiden Sachen hier gekauft. Einmal von Schleich, dieses wunderschöne Pferdchen bei Müller. Und das hat mir auch super gut gefallen. Ich fand den Spruch total witzig. Bei Nanunana habe ich das mitgenommen. Und das kommt dann hier rein. Das habe ich auch bei Nanunana gekauft. Ich habe jetzt hier schon mal so Seidenpapier zurechtgelegt. Das mache ich noch hier rein und diese Herzen. Der Nagellack, der steht nur hier, weil ich mir gestern Abend da noch die Nägel lackiert habe. Aber das sieht nicht mehr so fresh aus, weil ich schon so viel geputzt habe. Genau. Also so viel erst mal zur Taufe. Das mache ich jetzt dann gleich noch fertig. Hier liegen noch die Kleider. Mal schauen, ob ich das heute noch schaffe, euch das zu zeigen, wie das getragen aussieht. Und hier steht noch der Wäschekorb mit den Babysachen, die ich euch auch gezeigt habe. Dazu habe ich einen Haul abgedreht. Die Sachen kommen jetzt runter in die Waschküche, weil ich jetzt mal so langsam anfangen werde, das Ganze zu waschen, damit es dann eben eingeräumt werden kann. Aber die Möbel sind ja noch nicht da und deshalb habe ich mir eben Zeit gelassen. Und es bringt ja auch nichts, das Ganze schon so früh zu waschen. Aber jetzt wird es wirklich mal Zeit. Okay, also dann mache ich jetzt mal hier weiter. Wie gesagt, ich packe alles ein, schreibe die Karten fertig und dann sehen wir uns später wieder. So, ich bin soweit ready. Also fast. Natürlich kommt das Band noch weg und meine Haare mache ich dann noch auf. Allerdings erst kurz bevor wir dort sind, damit die Locken noch schön drin sind. Das wisst ihr ja, meine Haare, die halten dann nicht so lange und deshalb habe ich sie jetzt einfach mal hoch gemacht. Hier sind die Hemden. Meine Jungs, das sollen sie auch erst kurz vorher dann anziehen, weil die Fahrt sehr lange ist. Und das ist mein Outfit. Mein Kleidchen kennt ihr ja. Also ja, ich wollte eigentlich ein anderes anziehen, aber da passe ich jetzt nicht mehr so gut rein. Ich schaffe es jetzt auch nicht mehr, die Kleider anzuziehen und euch zu zeigen, weil wir jetzt echt dringend los müssen. Da ist noch das Sakko vor meinem Mann und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann später, wie das aussieht. Also das mache ich natürlich alles noch weg, ne? Ich denke, das ist klar. Also los geht's. So, hier sind übrigens auch noch die Geschenke. Hier die Karten. Da habe ich Geld rein als Geschenk. Da kann dann die Mama was Schönes kaufen für die Kinder. So, und hier ist die Adresse. Das muss ich auch noch mitnehmen. So, wie soll ich das jetzt alles nehmen? Mensch, bräuchte jetzt mal kurz Hilfe, ne? Und da ist er, unser Maxi Cosi. So sieht er aus. Hier ist ein Sitzverkleinerer, eben für Babys. Peppel Plus nennt er sich. Und ich habe mich für diese Farbe hier entschieden. Ich finde die total schick. Und ich würde sagen, ich kann euch in weiteren Videos einfach nochmal ausführlicher darüber berichten, warum und wieso und weshalb wir uns für diesen hier entschieden haben. Und ja, ich wollte euch jetzt einfach nur mal ganz kurz zeigen. Ich finde den ultra süß. Und das Baby wird quasi seine erste Autofahrt hier in dieser Babyschale verbringen, sozusagen. So, ich wollte euch ja wie versprochen noch die Kleidchen zeigen. Ich habe mir das schon fast gedacht, auch als ich es bestellt habe, dass das total aufträgt, wegen dem Tüll. Euch hat das ja auch total gut gefallen auf Instagram. Und ja, so sieht das jetzt aus. Und ich zeige euch jetzt das nächste. Und ihr müsst dann schreiben, welches euch am besten gefällt, okay? Also es ist gar nicht so einfach mit so einer Kugel. So, und das ist jetzt das zweite Kleidchen. Ich halte es jetzt nur gerade so hoch, weil es definitiv zu lang ist. Aber da hat mir das andere besser gefallen. Ich habe mir bei dem anderen überlegt, dass ich vielleicht eine Lage Tüll wegmache, damit es sich nicht ganz so arg aufplustert. Das wäre jetzt die Originallänge. Aber wie gesagt, ich bin natürlich viel zu klein. Ihr müsst euch dann aber auch noch hohe Schuhe darunter vorstellen. Also auch bei dem anderen Kleid, klar. Und ja, das wollte ich euch jetzt auch noch zeigen. Aber wie gesagt, das ist halt total schwierig, natürlich mit so einer Kugel was Passendes zu finden. Vor allen Dingen was Elegantes, das dann eben zum Event passt. Aber ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr die beiden Kleider findet. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal an dieser Stelle. Ich glaube, der Vlog ist ganz schön lang geworden. Ich hoffe natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!